Moin Leute, was geht? Optics wieder Beck hier, heute am Start und heute zocken wir in der Runde, keine Ahnung, TDM. Auf jeden Fall erstellen wir uns erstmal in der nächsten Klasse. Ich habe schon gut angefangen, zocken wir mit der Vespa, drauf ist LV, langer Lauf, Magazinerweiterung, schnell ziehen, Nachbrenner, flinke Hände und Strahldämpfer. T4 ist auch am Start, mal schauen ob wir es zum Einsatz bringen und ich würde sagen, wir legen los. So, wir wurden reingejoint, oh, ist trotzdem noch 0, 0, aber, so, den haben wir. Zack, zack. Ah, schade man. So, die 100er bret, die wird zwar nicht da, aber... Ah, Mann, immer wenn ich das T4 lege, ey. Belastende Kreuzritter. Hey, war ein bisschen nicht tot, Digga. Ja, natürlich. Ich gebe ihm den übelsten Hit, Digga, den übelsten seinen dreckigen Kopf und ich sterbe. So, T4 haben wir mal gelegt. Wundervoll. Hier sind alle Gegner da. Ne, 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 da auf die Entfernung habe ich keine Chance mit der Westbahn. Muss man halt auch klarkommen mit. Ja, natürlich, jetzt fahre ich mich nur. Ich stehe jetzt 4-4, Leute. Hey, hier war doch gerade jemand. Ich gebe es erstmal Naki, Digga. Jetzt bin ich am Gegner spawnen. Ich hoffe natürlich, dass hier noch was läuft. Alter, habe ich veräumt, Junge. Ja, natürlich hat er die Pumpgarn am Anstecken. Oh, Leute. Ich glaube, der ist der Wettkopf, der Lobby heute nicht. Reiniger ist auch am Städteln. So, zack, zack. Mit Reiniger bin ich sonst eigentlich nicht so gut. Sonst habe ich den ersten Kill und ich bin down. Ich glaube, die Gegner verpissen sich alle raus. Warum auch immer. Weiter. Ah, der war hinter mir. Ich habe ihn nicht gesehen. Mit 9,6. Alter, ich habe gedacht, ein Teammate. Ich denke mal, er wird hier unten lang gegangen sein. Belastend, die haben Drohne. Oh, zerstört, Digga. Komm. Ich muss sagen, die Rest-Bar, die hat auf jeden Fall immer was für sich. Die tötet so schnell. Nein, ich rutsche rein. Warum rutsche ich denn rein? Panik, Leute, Panik. Aber XMC ist immer noch das Beste. Ist so. Ich muss gleich hier lang kommen. Oh, klar, mir noch ein Kill, Mann. Die haben einen Hater, na super. Uh, Digga. Wo ist der so eklig spielen, Leute? Wenn die einen Hater haben. Zack, zerstört. Da sind sie. Zack, zack. Nein! Woher hat er das gewusst? Ja, mein bestes Feeling. Gerade, wo ich das Scheißding anmache. Wir haben wieder einen dabei, der hat eine Minusleitung. Kommt aus dem Dschungel, der Junge. Das sind drei Leute. Das ist immer noch der gleiche, Digga. Das ist so geil. Das sind alle im Mittelgang hier. Aber werde ich wahrscheinlich nicht so viel ausrichten können. Hoffen wir jetzt das Sponsor wieder hier. Nein, ich habe gedacht, ich komme noch weg. Egal, Drohne raus. Uh, nice. Was war das? Okay, da hat es einer nicht so gut mit mir gemeint. Nein, er hat echt auf mich gecampt, Digga. Ey, ist so ekelhaft. Er hat es noch gekriegt. Mit 23 L verabschiede ich mich hiermit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Support ist kein Mord, also Daumen nach oben. Und abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Wiederschauen. Gut, reingehauen. Rabbi. Bis zum nächsten Mal. Zhao und tot.